Herzlich willkommen wieder in der Anwaltskanzlei Andreas Mauritz, Rechtsanwälte. Wir hatten das letzte Mal das Thema Aufhebungsvertrag angerissen und haben da schon wieder von einer Zuschauerin eine Anfrage bekommen. Liebe Regina, vielen Dank für die Anfrage, die ist mit Sicherheit für alle interessant. Konkret ging es nämlich um die Frage, muss ich denn überhaupt zu einem solchen Personalgespräch erscheinen? Es gibt zwei Varianten. Der Arbeitgeber, wie ich es beim letzten Mal gesagt habe, ruft den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin hier, die Regina, einfach hoch und sagt, wir wollen miteinander was besprechen. Die Frage, was wollen wir denn besprechen, heißt das plötzlich, ja, wir wollen einen Aufhebungsvertrag mit Ihnen besprechen. Variante 1, Variante 2, der Arbeitgeber sagt, das werden Sie dann schon mitbekommen, die Tür geht auf, man kommt rein, es sitzen einem drei Leute gegenüber und plötzlich wird ein Blatt Papier rübergeschoben, steht drüber Aufhebungsvertrag und der Arbeitgeber sagt dann, darüber wollen wir reden. Was macht der Arbeitnehmer jetzt? Ganz einfach, der Arbeitnehmer geht entweder gar nicht erst hin zu diesem Gespräch, weil er sagt, nee, mache ich nicht, oder aber der Arbeitnehmer steht einfach auf und geht. Das wird bei vielen von Ihnen jetzt auf Verwunderung stoßen. Der Arbeitgeber sagt doch, ich muss kommen. Das kann schon sein, dass er das sagt, aber er kann niemanden dazu zwingen. Auch dazu gibt es dankenswerterweise schon eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes. Ich habe sie hier in der Hand. BAG-Urteil vom 23.06.2009, 2 AZR 606-18. Um was ging es da? Das Bundesarbeitsgericht hatte den Fall zu entscheiden, der Arbeitnehmer wird zum Personalgespräch geholt. Dort soll er mit dem Arbeitgeber Verhandlungen darüber führen, dass er, also der Arbeitnehmer, auf Gehalt verzichtet. 13. Gehalt, Urlaubsgeld, was auch immer. Und als der Arbeitnehmer sich geweigert hat, hat der Arbeitgeber einfach eine Abmahnung ausgesprochen. Der Arbeitnehmer hat gegen die Abmahnung geklagt und hat Recht bekommen, weil das Bundesarbeitsgericht nämlich ausdrücklich sagt, eine Verpflichtung des Arbeitnehmers zu jedwedem Gespräch mit dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen, besteht nach §106 Gewerbeordnung nicht. Also das Direktionsrecht des Arbeitgebers kann den Arbeitnehmer nicht dazu zwingen, dass er zum Personalgespräch kommt, bei dem es um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses geht, bei dem es um Änderungen seines Arbeitsvertrages geht und, und, und. Deswegen sage ich wieder, das einfachste Mittel, den Mut muss man einfach zusammennehmen, aber es geht schon, ist, man steht auf und sagt, danke für das Gespräch, das war's, ich gehe. Oder aber, wenn man zu so einem Gespräch eingeladen ist, man sagt gleich, zum Gespräch über einen Aufhebungsvertrag stehe ich nicht zur Verfügung und arbeitet einfach weiter. Wenn Sie sonst noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema haben, einfach unten wird es wieder eingeblendet, stellen Sie die Fragen, ich beantworte sie gern. Es sind viele spannende Fragen, die ja immer wieder kommen, ich denke, die sind für alle durchaus wichtig. An dieser Stelle dann schon wieder vielen Dank und passen Sie auf sich auf.